Viele haben es gewünscht und es kommt endlich die deutsche Übersetzung zu Last Epoch. Ja, wir können es auf Deutsch spielen. Ab dem 7. September 2023. Jo, ich habe es einfach per Zufall gesehen, weil ich natürlich immer gerne sehr viel lese, was die Entwickler so schreiben im Forum und es ist weg, aber es kommt. Es wurde auch schon hier sozusagen geschrieben und die Übersetzungen, ja, seht ihr hier oben. Da können wir kurz nach unten gehen. Also es wird auf Chinesisch, Französisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch erst etwas, ja, verfügbar sein, also nicht nur Englisch. Und ich freue mich riesig auch über die anderen Sachen. Zum Beispiel, dass man nur so Magier beschwören kann und die, ja, einfach einen ziemlich tödlichen Feind sein werden. Ist wahrscheinlich so eine Art Liga-Mechanik, einfach nicht für Liegen, sondern für das ganze Spiel. Und neue Monster, wo man einfach nicht gerade so sieht. Ich sehe hier einfach die Krabbe, die große und die kleinen Krabben. Aber sonst irgendwie, ja, keine neuen Monster, außer die hier unten sind. Das sind zwei, glaube ich, die eigentlich erst geupdatet wurden. Also Soulcage gibt es noch nicht so lange in dieser Form. Die war zuerst eine Skikröte, glaube ich. Und dann eigentlich so ähnlich, aber das haben sie jetzt nochmals überarbeitet. Und genau der gleiche da. Der, der war auch so eine Art, ja, Glöckner von Notre Dame oder so. Sieht immer noch ein bisschen mit krummen Rücken aus. Und das ist zum Beispiel für mich sehr gut, weil ich immer wieder Stuck at Places und so poste. Gibt es ein Screenshot? Nein, doch, Add Screenshot. Okay, sehr gut. Und dann haben sie natürlich die Funktionalität in den, ja, Lagern, sagen wir mal. Das sind ja keine Dörfer, das sind ja eher Lager. Und da kann man einfach als Spieler rechtsklicken und kann ihnen dann verschiedene Angaben machen. Ja, zum Beispiel Unfriend auch. Also kann das sein, dass man einfach Friend und Unfriend machen kann. Ja, denke schon. Und hier die Unix, die will ich gar nicht sehen. Also der mittlere ist etwas, was ich wahrscheinlich nehmen werde, also als Bild. Weil, also der muss ja natürlich zuerst droppen, aber, jo, hört sich schon gut an. Aber eben es ist meistens ein Spöler und die zwei seitlichen, die habe ich gar noch nicht angeschaut. Ich weiß leider nicht, was die machen. Nein, es ist eben gut so, dass ich nicht gespölt werde. Weil der große Stab, den habe ich einfach außer Seelen einfach kurz angeschaut und da gesehen, okay, ein Skill vom Runenmaster oder Runenmeister Skilltree tut sich einfach wieder verstärken. Das ist eigentlich bei jedem Charakter so. Und mit einem Unique, oder? Und eben Akt Bier ist derjenige, wo halt einfach alles ein bisschen schlauchig war. Wird wahrscheinlich...